Ich hab keine Ahnung, was mir das gebracht hat. So, mit ihrer Freundin über die Schulden sprechen. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Neuer Ort. Westminster Cathedral. Schon nice. Ach, ich mag das jetzt schon, das Spiel. Ich werde sehr viel Spaß, glaube ich, hier drin haben. Da liegt was. Westminster Cathedral 1. Auszug aus einer SMS. Warum druckt man eine SMS aus und legt sie auf eine Bank? Verstehe ich nicht. Notiz an einen Illegalen. Stelle dich, Albion, nicht freiwillig. Wende dich nicht an die Kellys, um an Dokumente zu kommen. Die Priester in der Westminster Cathedral werden dir helfen. Das Passwort ist Lukas1025. Komm nicht vom Weg ab. Nimm deine Kapuze nicht runter. Lösche diese Nachricht, sobald du in Sicherheit bist. Nee, druck sie erst aus. Pack sie auf die Bank vor die Cathedral und dann, dann löschen sie. Was ist das hier? Lieferung übernehmen. Oh mein Gott, ich darf auch noch Postboote spielen? Oh nein, ich hoffe, ich kann aber trotzdem erst mal die andere Geschichte machen. Fuck. Sind wir hier in Death Stranding? Tutorial Escape. Abbrechen. Lieferung abgebrochen. Nebenmissionen. Nein, ich wollte sie hier. Da. Ich weiß, du brauchst dir Hilfe. Was ist das? Das ist mit meiner Freundin, nicht wahr? Oh Gott, sie ist okay, nicht wahr? Sie ist in der Weg über ihre Hände. Ja, ich verstehe. Sie ist verletzend, dass sie ihre Leben mit der dumm Gämmlinge verletzt. Ich versuchte sie zu helfen, aber nein. Jetzt ist sie auf die Klan-Kellie-Thugs. Sie werden sie zu töten. Oh, das ist schlecht. Wir werden sie versuchen, zu helfen. Yep. Ich habe unsere dumm Gämmlinge verletzt, um zu einem Ort, der mit der Klan-Kellie-Gunen schreitzt. Wir müssen das checken. Rettet sie vor den Gangstern. Oh, das ist ja voll weit weg. Okay. Oh, das sind dann andere große Charaktere, die ich, glaube ich, dingsen kann. Oh Gott. Suchtfaktor ist der absolut. Holy shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich verliere mich jetzt schon. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich erst die Nebenmission machen? Soll ich die Hauptmission machen? Soll ich erst rekrutieren? Ich glaube, ich mache erst mal eine Pause. Oh mein Gott. Aber ich würde gerne erst mal Theresa Green, weil die hat ein cooles Auto und sie ist Mikrobiologin. Wir sind in der Story gleich weit. Ich bin aber schon zehn Stunden länger im Game. Oh mein Gott. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall erst mal ganz kurz eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Weißt du, was du da tust? Wirklich? Hm, so. Das ist mir jetzt aber zu weit weg, bin ich ganz ehrlich. Ich würde einfach mal gucken, was gerade so in der Nähe ist. Puh, warte mal. Jetzt kann ich das ja hier mit dem Dings machen. Nein, Ernst? Komm, wir spielen mal ein bisschen hier Death Stranding. So, lass mich mal gucken, wohin muss ich? Da unten. Winter roam? Dr society, woens physisch. W-litz. Weey! W-dress. W-dress. W-dress! oi-dress. Anything? da. Da. Da, gehen wir weg. W-dress. Da, what? Sehr gut. Es ist so cool. Aber ich wette, ich sollte die Radios wieder ausmachen. Warte mal. F1 für Steuerung. Musik ein, aus. Weil ansonsten kriege ich, glaube ich, Probleme. Okay, das habe ich ja anders in Erinnerung. Hier war kein Tunnel, als ich das letzte Mal in London war. Musik Musik Okay, besonderlich schnell fühlt sich das gerade nicht an. Ah. Uh, hübsches Auto. Ja, wir wollen ja... Uh. Hm, okay. Gucke ich mir nachher direkt mal an. Aber dann wird ja demnächst mal... Oh Gott. Ähm, dann wird ja demnächst Brot gebacken. Hier muss ich rein... Aha, okay. Okay. Okay, was ist denn... Bärnöckle-Liege? Mache ich, glaube ich, erst mal das? Korrekt, anfixen. Oh Gott. Meins, danach werde ich mein Brot immer selber backen. Aha. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin böse. Ich laufe einfach über den Rasen. Ich muss wieder mal Leute angequatschen. Hm. Ja, ich weiß nicht, aber ich arbeite für Klan Kelly. Als ein smuggler. Es war so ein einzigartiger, dann war es nur ein einzigartiger. All harmlos, wie importer Wein oder Luxury-Brands. Aber ich wurde in tief. Jetzt bin ich in die Arbeit verabschieden, um ein Massive-Arms-Shipment. Christ. Ja, ich höre. Ich will aus. Aber ich kann nicht in gut conscience einfach weggehen, zu wissen, dass die Kellys haben diese Weapons. Help me get rid of that Arms-Shipment. Keep die Weapons auf die Straße. Okay, we will take care of this for you. Ja, sie hat eine schicke Jacke an. Du siehst wie Ärger aus. Ja, ich höre. Genau. Gangsters haben sich entschieden, um in der Näheberhöhung zu setzen, und haben das gemacht, um die Schöpfung zu verabschieden. Ich habe ein Hacken, das kann ihre Accounts öffnen, schneller als ein Olde Bag's-You-Know-What. Es ist ein einziges Transaktion, aber ich kann es nicht ohne ihre Privat-Key. Und du möchtest DedSec, um dich zu finden? Du hast es. Du holst mir das File, und ich werde alles zurückgeben, von diesen Pricks. Help me with this, and I'll make it worth your while, if you know what I mean. Help me with this, and I'll make it worth your while, if you know what I mean. Okay. We'll help you solve this problem. Okay, Leute. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was gemacht. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm ist es für euch, das ganze Spiel hier auf Englisch zu machen? Ein, ist das ein Flugzeug? Okay, das ist wieder irgendwo unten. Ich weiß immer nicht, wie... Wo unten... Wow, wow! Eeeh... Oh, Gesundheit! Ups. Ja, das ist ein Flugzeug. Hallo? 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 Vielen Dank.